Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, welches sich perfekt zur Reinigung von allen möglichen Glasflächen und Bodenbelegen eignet. Am Anfang war ich etwas skeptisch, zu groß die Angst, enttäuscht zu werden. Ich hatte schon viel über Dampfreiniger gelesen und wusste in etwa, auf was man beim Kauf achten sollte. Nachdem ich dann eine Anforderungsliste erstellt hatte, welche Funktion und Ausstattung der Neue erfüllen sollte, blieb eigentlich nur noch Kärcher übrig. Die anderen Anbieter hatten entweder zu wenig Leistung und damit verbunden zu wenig Druck, oder die Rezensionen waren von vornherein einfach so schlecht, dass sich einem schon beim bloßen Lesen die nackten Haare aufstellten. Also, um es kurz zu machen. Ich habe den Kärcher jetzt seit mehreren Monaten im Einsatz und kann mich fast nur positiv äußern. Was gefällt besonders? Rechtzügiges Aufhetzen Minus 1,5 Liter Volumen erzeugen eine genügend große Menge Dampf, um einen 100 Quadratmeter Haushalt mit nur einer Füllung zu reinigen. Griff wird auch nach längerem Einsatz nur handwarm. Sicherheit wird bei Kärcher noch ernst genommen was weniger gefallen hat. Recht magere Tuchauswahl mitgeliefert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.